Leute, guckt euch einfach mal den Joystick an. Press Start to Play. Wiebke Schmidt hat geschrieben, könnt ihr mich heute am 18.16. grüßen, dort ist mein Geburtstag. Wäre mega cool. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ja, Leute, wenn ihr auch mal grüßt werden wollt, schreibt einfach einen coolen Kommentar. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video von Clomenix. Und wir sind hier heute wieder an einem wunderschönen Dreiferstand. Und ja, ich würde einfach mal sagen, mit was fangen wir denn an? Mit den Avengers hier, die sind zu spüren. Krieg spielt jetzt bei den Avengers. So, die Hanse-Musik ist schon mal lauter. Vielleicht haben wir einen Payout. Na ja, ich würde sagen, ich nehme mal die da, oder? Mhm. Ist das gut so? Oh ja, ich kann mich, dass es nicht anhebt. Komm, ein bisschen. Oh, 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 bleib, 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 bleib. Nein! Du hast auf jeden Fall gebt. Versuch die, die ist mir dran. Ah, gesnappt. Ich weiß nicht, wie sie sich dreht. Ja, leider. Oh, 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 bleib. Bleib, bitte, bitte, bitte. Ja. Versuch noch eine Ruhe. Ja, Mann. Bleib, 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 bleib. Nein! Warte, jetzt aber. Komm, bleib, bitte, 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 bleib. Nein! Oh, wo war ich noch? Ja. Ja. Nee. Ich halte dich zu, wenn du da bist. Wieso willst du unbedingt die Minions haben? Wieso will ich die nicht haben? Ja. Jetzt sieht er schon mal im Spielfeld. Oh. Ja, nein. Und da haben wir einen Minion. Nice. Leute, wir sind hier nochmal, haben so einen Greifer und haben jetzt so einen richtigen Fail. Also erstmal, das Design ist jetzt nicht so unser Ding. Das spielt uns jetzt nicht so. Das sieht ein bisschen alt und abgesehen aus. Aber, Leute, guckt euch einfach mal den Joystick an. Man kann ihn auch gar nicht nach rechts richtig bewegen. Der ist irgendwie, äh... Okay, wir probieren es einmal. Der Joystick ist in der Matrix. Versuch, versuch den kleinen Delphine. Also wenn du den jetzt nicht greifen kannst für einen Euro, dann... Junge, geh nicht mehr nach vorne. Du kannst den nicht... Achso, nee, ich bin dumm. Okay. Gut. Man muss vorher auf den Knopf drücken, vor man zu... Junge, du kannst nicht mehr nach links gehen. Du kannst nicht zurückgehen. Nein, du kannst doch nicht nach links. Zeig nochmal, zeig nochmal. Du kannst nicht nach links, nicht zurück. Ja, aber wir müssen ja irgendwie zurückkommen, Leute. Ja. Na rechts, was hab ich so? Nein. Mensch, ich bin knapp. So sieht das doch gut aus. Also links können wir leider nicht mehr. Zurück leider auch nicht. Also korrigieren ist hier echt nicht so gut. Wenn du jetzt 3 in 1 machst. Komm. 3 in 1. Ja. Ja. 3 in 1. Oh mein Gott. Leute. 3 mit einem Grip. An dem kaputten Greifer. Das ist... Ganz so. Das ist es hier immer. Also Strong ist ja allemal, aber... Also das hier ist echt eine Frechheit. Ja, das ist ein iPhone. Ja, das ist ein iPhone. Die Kicker. Ja, okay. Die kann man jetzt noch nicht so gut sein. Ey, locker, wenn du nicht noch kommst. Aber wie wahrscheinlich ist das? Sollen wir nochmal einen Strong-Greifer machen? Der ist schon... Warte, der ist schon lustig. Meinst du mal, er kann den Koala kriegen? Koala? Das ist das letzte Spiel, was ich an dem Stand mache. Weil ich den eigentlich absolut nicht mag. Koala oder? Da liegt so ein Minion-Teil, ne? Das blaue das ist mir. Ja, das krieg ich auch nicht. Ich versuch den Koala. Das ist halt quasi, wir können nur einmal geradeaus... Ja, jetzt kann ich zum Beispiel nicht mehr korrigieren und nach links gehen, weil... Ja, das ist ja bestimmt... Vielleicht wenn ich ihn noch fester drück und irgendwann abbreche, aber... Na, schade. Das ist halt eigentlich der perfekte Griff, so. Ja, bleib, 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 bleib. Nice. Ja, bei Wurstachim am Greifer auch. Der wäre schon nice. Alter! Komm, bleib. Nice. Mit dem ersten Versuch, Leute. Ach, so gut. Ein schöner LED-Fidget-Spinner. Na, schade. Das Fahrzeug ist schon... Nice. Und hier ein richtig nices Feuerzeug. Ja, das sieht richtig aus. Ich versuch den roten, dass ihr den so über das Ende reinkriegt. Die Kralle greift überhaupt nicht. Ich versuch den links. Oh, ja. Oh, ah, Lull, Lull. Ja, ja. Alter. Nice. Einfach in dem, in dem Band drin. Sauber. Einmal genau so ausgestimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob er den rausholt. Nein, Junge. Was ist der MP3-Player, lieber? Oh, 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 oh. Bleib, 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 bleib. Nein! So eine Uhr wäre noch ein schöner Abschluss. Ah, schade. Komm schon, bitte jetzt. Noch zum Abschluss eine Uhr. Nein! Oh, der war schön. Oh, der war schön. Oh, wenn er nicht links rüberfliegt, er hat doch erst gut. Alter. Es zeigt, ah, der Arm könnte ihn auf der anderen Seite wieder aufhalten. Ja. Und das wird zuholt links. Jetzt ist sowieso der ganze Plan schief gelangt. So, halt, jetzt drehe ich die Kralle richtig. Ja, das sieht gut aus. Komm. Und holst du den? Nein! Oh, ja, Alter. Nein! Der war so nice geklemmt, ne? Alter, jetzt komm, bleib, bleib, bleib. Nice. Nein! Nein! So was? Ja. Naja. Komm, jetzt aber. Nice. Ich will sie halt all collecten, ne? Ja, collect them all. Komm, bleib. Nein! Nein! Bleib, bitte bleib, 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 bleib. Ja. Ja. Du bist heerst sal permainte. J1情 Mann indies. Ja, wenn der Schnat hier, Ä ist schade, wäre ein Kind. Eller, qualifications? Ha, so gemächt! Fahrle, den 5.000 ab amend. Siente aus. Ja, L competen. Ich will sie mal wieder arbeiten, Siente Alter. Go €6000. Erst Karl Leibhennik. Untertitelung des ZDF, 2020